so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal die gibt es heute und ihr hört schon ich freue mich sehr weil ich wollte die unbedingt kein laden hatte die außer im gelobten osten lila piz gekauft wurde die dort für 25 euro glaube ich und es handelt sich mal wieder um eine batterie und ich freue mich auf die so sehr weil die war beim vorschießen schon so geil 445 gramm hat die wahnsinn also auch wieder fast full das teil und schon allein das design macht mich einfach nur an deswegen geht es raus zur zündung der so hinter der steckt wirklich sehr viel leid wollte die sehr toll haben gibt nirgendwo in einem discounter nirgendwo umgelabelt außer bei uns im osten oder ja den laden gibt es ja auch noch ein bisserl woanders gibt es jetzt nach all dem schmerz und leid feinste wirbel leute ein Alter, stark, stark. Die Zerleger und die Wirbel zusammen. Ey, Veko, stark, wirklich, geil. Wenn ihr die seht, kauft euch die. Die ist so geil. Die sind so geil. Bis zum nächsten Mal.